Das Wetter in Tolo am 17.10. um 8.45 Uhr auf dem Weg von Tolo Hafen nach Hydra und Spätzes. Es ist windstill, wenn man nicht auf dem Schiff ist. Die Welt hat 20 Grad Celsius. Das ist Tolo. Das ist der Zuckerhut Profitis Elias. Da drüben liegt Trepano. Granidi. Was sehen wir hier? Das ist das Wetter. Das ist das Wetter. Das ist das Wetter. Das ist das Wetter.